Es hätte auch vor den Toren von Arle heißen können. Hallo Freunde, analogen Unterhaltung. Willkommen zurück zu meiner Uwe Rosenberg-Klassiker-Reihe. Endlich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Endlich, aber jetzt geht es weiter. Nicht lang der langen Worte. Let's Play habe ich ja schon hochgeladen. Und jetzt die Rezension oder die Spielvorstellung mit Spielerklärung. Und hier, ja, vor den Toren von Lo Yang. Ja, ist ein Spiel, was 2005 entstanden ist. Das hier jetzt 2016 nur aufgelegt, hier bei Pegasus, ursprünglich Hall Games. Für ein bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten ab zwölf Jahren. Und in der Chronologie kommt es eben nach Le Havre. Ja, aber entstanden ist das Spiel noch vor Agricola, also nach Bonanza. Bonanza ist das Erslingswert von Uwe Rosenberg. Nach Bonanza vor Agricola später rausgekommen. Und es ist wirklich sehr interessant, weil eben man hier schön sehen kann, wenn man das richtig einordnet, wie sich da Uwe Rosenberg entwickelt hat. Hier ganz klar noch die Anklänge zu Bonanza, weil es auch hier zum Beispiel Karten gibt, Felderkarten, auf denen wir unsere Waren anbauen. Das Ganze ist nämlich natürlich wieder ein Ernteanbauspiel. Ein sehr reinrassiges Ernteanbauspiel, muss man sagen. Da komme ich dann im Fazit auch nochmal zu. Das Ganze spielt eben in Lo Yang. Wenn ihr das noch nie gehört habt, ist es eine der vier alten Hauptstädte des alten China. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich hatte es auch im Let's Play schon erwähnt, witzigerweise. Meine Frau hat eben kurzzeitig für eine chinesische Firma, war sie beratend tätig und war einmal in Lo Yang, weil die kamen aus Lo Yang. Und als ich dann gesagt habe, ja, es gibt ein Spiel von den Toren von Lo Yang. Ja, aber es hat tatsächlich jetzt nicht so viel mit dem jetzigen Zustand hier zu tun, aber es gibt da halt ein paar alte Altertümer und Tempel und Ruinen und so weiter und so fort. Und ich stelle euch jetzt erstmal kurz die Regeln vor. Wie gesagt, Let's Play, Solo-Let's Play habe ich auch schon hochgeladen. Könnt ihr auch nochmal reingucken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Vor den Toren von Lo Yang hat, wie man sieht, relativ übersichtliches Material. Ich habe jetzt allerdings auch nur zwei Spieler aufgebaut. Man hat nur dieses kleine T-förmige Tableau, wo im Wesentlichen eigentlich hier nur der Siegpunkt-Track drauf ist. Hier Ablageflächen für Karten. Hier oben so ein Laden, wo wir später unser Saatgut kaufen können. Wir haben ein Lager hier, eine Lagerkarte. Wir haben ein erstes Feld und hier einen Stapel mit weiteren Feldern, die wir dann im Laufe des Spiels aufdecken müssen. Es gibt Geld in Form von Cash, solchen altchinesischen Münzen. Und wir haben natürlich hier oben, sieht man es, jede Menge Ressourcen. Schöne Ressourcen, Holzteile. Und es gibt halt verrückterweise 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ressourcen. Schöne Ressourcen, Getreide, Kürbis, Rüben, China, Kohl, Bohnen und Lauch. Am Anfang des Spiels, das habe ich jetzt hier vergessen, wird der Laden hier auch bestückt. Also die dunkel hinterlegten Felder. Ich mache das jetzt ganz kurz. So, und das gehört uns aber hier nicht, was hier liegt, sondern das ist eigentlich nur, wir können jetzt aus unserem Laden Saatgut kaufen. Hier hinterlegt, wie teuer es ist. Hier fängt es an mit 3, 4 und so weiter. Um es hier anzupflanzen, am Anfang des Spiels können wir uns jetzt entscheiden, was wir anpflanzen wollen. Da haben wir ein, das muss man auch schon bezahlen. Man sieht aber hier in unserem Feld, wir können nur Getreide, Kürbis oder Rüben am Anfang anpflanzen. Mal angenommen, wir nehmen Getreide. Dann nehmen wir das hier hoch. Hier steht, dass wir 3 bezahlen müssen. Schon mal ein 5er weg. Haben wir nur noch 7 statt Kapital, statt 10. Aber jetzt pflanzen wir das hier an und das bedeutet einfach, dass hier alles voll mit Weizen ist. Und wir werden dann jede Runde ein Weizen von diesem Feld abernten. Das ist wie gesagt unser Startfeld. Es werden bald hier noch mehr Felder aufgedeckt. Und was ganz schön ist, es sind 9 Felder hier auf unserem Startfeld und wir spielen 9 Runden. Das heißt, dass auch der Rundenzähler haben wir da alles abgeerntet, ist das Spiel vorbei. Das machen wie gesagt alle Spieler. Man kann sich eben auch hier für andere Sachen entscheiden. Und dann kann es auch schon losgehen mit der ersten Phase, der Erntephase. Und das ist einfach so, von jedem Feld, wir haben natürlich am Anfang nur eins, ernten wir jetzt eine Ware und legen sie hier auf unsere, und unsere Lagerkarte, die hat zwei Bereiche. Hier rechts ist so ein Karren, das sind einfach Sachen, die wir jetzt gerade geerntet haben. Und dann haben wir ein Lager, da steht so eine 1. Das heißt, wir können momentan nur eine Ware in die nächste Runde mitnehmen müssen. Also alles irgendwie, wenn es geht, verkaufen oder umtauschen und so weiter. Aber momentan haben wir ja sogar nur eins und daher macht es nichts. Und außerdem decken wir jetzt hier von unserem Kartenstapel ein weiteres Feld auf. Das sind 8 Karten, also in der letzten Runde wird kein Feld mehr aufgedeckt. Wäre aber auch unsinnig, weil wir sowieso nicht mehr ernten können. Und ja, in diesem Kartenstapel aus 8 Karten gibt es 4 verschiedene Arten von Feldern. 3er Felder, 4er Felder, 5er Felder und 6er Felder. Wir haben jetzt ein 4er Feld gezogen, der ist so zusammengestellt, dass sozusagen in den ersten 4 Karten alle 4 Arten drin sind, in den zweiten 4 Karten auch. Und wir haben jetzt ein neues Feld. Man sieht hier oben auf diesem Feld zum Beispiel können wir auch Chinakohl und Bohnen anpflanzen. Und das ist aber eine Aktion sozusagen, die wir dann in Aktionsphase machen können, indem wir hier wieder ein Saatgut kaufen, es aussehen und dann ist das alles voll mit dieser Ware. Das war schon in Phase 1. Dann kommt die Kartenphase. Es gibt hier eine Menge Karten, über die wir hauptsächlich auch noch das Spiel beeinflussen können. Und es wird jetzt ein interessanter Drafting-Mechanismus, läuft jetzt ab. Jeder kriegt erstmal 4 Karten auf die Hand. Und da können wir uns auch gleich mal angucken, was es für Arten von Karten gibt. Es gibt solche Marktstände, damit kann man später Waren eintauschen. Bei diesem Marktstand gibt es Rüben, eine Rübe, eine Chinakohl und einen Lauch, den wir tauschen können. Wir können eine beliebige Ware für eine Rübe tauschen, 2 beliebige für einen Chinakohl, 2 beliebige für einen Lauch, wenn wir diese Karte später ausspielen oder bekommen. Dann gibt es zusätzliche Felder, also die wir auch eben dann bepflanzen können. Die kosten allerdings 2 Cash, wenn wir die nachher ziehen. Dann gibt es solche Personen, so Helfer, wie hier zum Beispiel den Händler. Das gibt dann irgendeinen Effekt. In dem Fall darf ich mal so einen Markt für einen Mitspieler nutzen zum Beispiel. Und es gibt Kunden. Ah, da gibt es auch zwei Arten, da fehlt noch einer. Das hier ist jetzt ein Stammkunde, den muss man vier Runden hintereinander beliefern. Wenn man das einmal kann man auch schlampern, aber zweimal hintereinander oder zweimal insgesamt nicht beliefert, dann wird er auch unzufrieden und es kostet Siegpunkte. Dafür hat man halt einer Karte, kann man viermal diese Waren abgeben, hier eine Rübe und eine Bohne und kriegt dann jeweils, was hier draufsteht. Und analog dazu gibt es noch diese Laufkunden, die können nur einmal beliefert werden und wollen halt das haben, was hier steht. Naja, jedenfalls hat jeder vier Karten bekommen und der Draftingmechanismus funktioniert so, der Startspieler sucht sich eine der vier Karten aus und legt sie offen in die Mitte. Dann kommt der nächste Spieler dran, sobald eine Karte offen in der Mitte liegt, da werden dann immer mehr hinkommen, kann der sich entscheiden, legt der auch eine Karte offen in die Mitte oder steigt der aus und dann würde er sich eine Karte aus der Mitte nehmen, die er dann sozusagen bekommt und eine aus seiner Hand. Und man kann natürlich erstmal nur Karten in die Mitte legen, wenn man aber nur noch eine Karte übrig hat, dann muss man quasi aussteigen, dann muss man die Karte behalten, die man in der Hand hat und kann halt noch eine Karte von der Mitte kaufen. Steigt man vorher aus, dass man noch Karten auf der Hand übrig hat, legt man die alle in die Mitte. Es ist im Prinzip einfach halt so ein Draftingmechanismus, der ein bisschen anders funktioniert als eine aussuchen und rumreichen im Uhrzeigersinn, ein bisschen logischer eigentlich, aber wirkt natürlich jetzt für heutige Verhältnisse ein bisschen antiquiert, funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, wir können einfach mal gucken, was passiert, wenn wir Karten bekommen. Also wenn wir zum Beispiel so einen Marktstand bekommen, dann legen wir den einfach hier an, passend hier zu dem Symbol. Marktstände werden sofort bestückt mit diesen Waren, die uns aber wie gesagt nicht gehören. Wir können sozusagen nur die dann ertauschen, so wie ich es schon erklärt hatte. Wenn wir ein Feld bekommen, dann müssen wir das hier sofort hier oben hinlegen, kostet allerdings auch eben die zwei Geld, das müssen wir auch bezahlen, dann können wir das in der Runde auch bepflanzen, ganz normal. Dann so einen Helfer legen wir einfach hier unten hin, auch passend. Die können wir dann ansammeln und in dem Moment, wo wir den dann benutzen, dann würde er einfach abgelegt werden. Die Laufkundschaft kommt hier rechts daneben und ja, wie gesagt, der bleibt hier so lange liegen, bis wir einmal das hier in einer Runde allerdings hier abliefern. Wir können hier nichts drauf lagern oder sowas und dann würden wir neuen Cash bekommen. Plus minus zwei, das ist eine interessante Sonderregel, hat was mit den Stammkunden zu tun, die hier oben hinkommen. Die, wie gesagt, wollen vier Routen hintereinander beliefert werden. Dafür gibt es ja auch noch so ein Zufriedenheitstoken. Das liegt erstmal so auf der blauen Seite. Wenn wir es einmal nicht schaffen, also wir müssen auch in der ersten Runde, wo wir es bekommen, gleich anfangen zu liefern. Wenn wir es einmal nicht schaffen, wird es hier auf rot gedreht. Und wenn wir es dann nochmal nicht schaffen, dann müssen wir Strafe bezahlen und zwar zwei Cash. Das ist einfach, dafür ist dieser Marker da, um uns daran zu erinnern. Und plus minus zwei bedeutet einfach, dass wir immer gucken müssen, haben wir mehr Laufkunden als Stammkunden oder weniger oder gleich viel. Bei gleich viel ist es egal, da zählt einfach hier das. Haben wir aber weniger Stammkunden als Laufkunden, dann bestraft uns das Spiel so ein bisschen, weil wir es uns zu leicht machen. Dann gibt es einen Malus von minus zwei hier auf den Verkaufspreis bei den Laufkunden. Aber umgekehrt wird es auch gehen, wenn wir mehr Stammkunden als Laufkunden haben, dann kriegen wir sogar noch einen kleinen Bonus. Das ist einfach so eine Balance-Geschichte, sonst würden die Leute wahrscheinlich nur die Laufkunden immer bevorzugen. Ja und das waren schon die ganzen Karten und eben auch die Kartenphase. Also jetzt hat der Spieler hier vier Karten bekommen, aber eigentlich kriegt man halt nur zwei. Und dann geht es weiter mit der eigentlichen Aktionsphase. In Aktionsphase können wir jetzt eine Reihe Sachen machen. Wir können zum Beispiel neue Felder aussehen. Dazu können wir sagen, ich möchte jetzt hier zum Beispiel Bohnen aussehen. Kann ich aus meinem Laden hier eine Bohne kaufen, kostet mich allerdings sechs. Und dann würde das hier zum Bohnenfeld werden. Wie gesagt, ich muss aufpassen, nicht auf jedem Feld darf ich jede Sorte anpflanzen. Und man sieht jetzt, ist der Laden leer. Wie kommt da jetzt wieder was rein? Man kann auch Sachen wieder aus hier meinem Karren dem Laden verkaufen. Dann kriege ich das hier, das kleinere Zahl. So kann ich quasi wieder auffüllen. Aber man kommt tatsächlich relativ gut hin. So viele Felder gibt es gar nicht. Ich muss viele Sachen, verschiedene Sachen anpflanzen. Also das ist eigentlich kein Problem. Okay, dann kann ich natürlich diese Marktstände nutzen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier tauschen. Zack, das gegen das, wenn ich wollte. Ich kann meine Helfer natürlich einsetzen. Dann kann ich natürlich liefern. Hätte ich jetzt das hier schon, könnte ich das hier abgeben, würde das Geld bekommen. Meinen Stammkunden kann ich natürlich beliefern. Aber es geht alles nur in einem. Also ich müsste das hier alles schon haben. Dann würde ich das Geld bekommen und dann eben immer so weiter. Und dann kann ich noch eine Sonderaktion machen, nämlich einen sogenannten Doppelpack ziehen. Das bedeutet einfach zwei zusätzliche Karten mir besorgen. Und das kostet so viel, wie ich Karten hier links habe. Also in dem Fall würde es zwei Cash kosten. Wenn ich hier noch gar keine Karten habe, kostet der Doppelpack tatsächlich nichts. Zahl zwei Cash. Ich kriege einfach so zwei Karten vom Nachziehstapel und kann davon null bis zwei behalten. Behalte ich eine, lege ich sie halt einfach da an, wo sie hingehört. Wird gleich bestückt. Behalte ich beide, wird es hier so, muss ich mich entscheiden, welche Karte oben liegt und muss sie dann so untereinander legen. Und erst wenn ich dann diesen Marktstand abgeräumt habe, also alles getauscht habe, dass der abgelegt wird, dann würde diese Karte aktiv und dann hier hingelegt. Man könnte es natürlich auch andersrum machen, wenn ich sage, ich möchte zuerst den Stammkunden haben. Ja, auf die Art kann ich mir halt gleich zwei Karten auf einmal besorgen, die aber nur nacheinander im Spiel aktiv werden. Das ist eine ganz witzige, interessante, aber auch natürlich sehr spezielle Regel. Das war schon die Aktionsphase. Am Ende meiner Aktionsphase muss ich jetzt noch einlagern und punkten. Einlagern bedeutet, wenn jetzt hier zum Beispiel noch eins liegen würde, könnte ich das jetzt hier ins Lager schieben. Mein Lager ist ja damit auch voll. Wenn ich jetzt zwei gehabt hätte, müsste ich natürlich das entsprechende abschmeißen. Ich kann aber für zwei Cash mein Lager auch ausbauen. Dann ist es vier groß, kann ich vier Waren in die nächste Runde mitnehmen. Und nach dem Einlagern versuche ich Punkte zu machen. Und das ist eben dieser Track hier und das ist auch eine sehr interessante Mechanik. Ich kann immer nach einer Runde einen Schritt auf dieser Leiste für genau ein Cash kaufen. Also der ist quasi fast umsonst. Wobei ein Cash, ein Geld muss ich dafür auch immer zurückbehalten. Und dann kann ich mir weitere Schritte kaufen. Die kosten genau so viel wie die Nummer des Schrittes. Das heißt, nach der ersten Runde steht nach einem Cash eben das auf der 2. Um jetzt auf die 3 zu kommen, bräuchte ich 3 Cash. Nochmal 4 Cash für die 4, nochmal 5 Cash für die 5 und so weiter und so fort. Hier oben kosten dann die Schritte entsprechend 16, 17, 18 Cash. Das heißt, am Anfang sind die Schritte, die zusätzlichen Schritte billig. Aber am Anfang hat man meistens halt auch kein Geld. Beziehungsweise man braucht sein Geld hier, um die Felder zu bestücken. Und einfach überhaupt erstmal die Maschineriengang zu kriegen. Das ist halt ein wirklich sehr, sehr schönes Dilemma, was man hier eingebaut hat. Man denkt immer, hier unten müsste ich doch, das kostet ja nur ein Schritt, ist so wertvoll, kostet nur 4 Cash. Aber man hat das Geld halt einfach oft nicht. Wenn man gar kein Geld mehr hat, dann kann man auch Kredite aufnehmen. Dann nimmt man sich einfach hier so einen Kredit, kriegt einfach direkt 5 Cash, fertig. Man muss den Kredit auch, oder man kann ihn besser gesagt auch nicht zurückzahlen. Aber sehr gemein, am Ende des Spiels zählt jeder Kredit wie, muss man für jede Kreditkarte einen Schritt zurückgehen. Das bedeutet, man muss eben schon ordentlich Zinsen zahlen, wenn man hier unten 5, also wenn man 5, man kriegt 5. Wenn man nachher, wird man hier oben irgendwo stehen, wenn man dann pro Dings 1 zurückgeht, verliert man ja quasi 17. Also hat man ordentlich, ähm, ordentlich Zinsen zahlen müssen. Aber, ja, muss vorsichtig sein, damit nicht zu viele Kredite aufnehmen. Aber ein Kredit ist schon eine gute Sache, um einfach am Anfang ein bisschen aus der Geldklemme zu kommen. Und das waren die Regeln, auch die Spielreihenfolge ist wichtig, die wird durch diese Kartenphase bestimmt. Das heißt, der, der zuletzt sich die kleinen beiden Karten genommen hat, der wird einfach Startspieler. Beim Spiel zu dritt gibt es noch diesen zweiten, kleineren Startspielerstein. Das ist dann der zweite Startspieler, der eben vorletzter war. Und dann beim dritten, der dritte ist eben, zuletzt spielt man zu viert, interessante Sache. Da spielen nämlich immer zwei Leute gleichzeitig. Der erste Startspieler, also der Startspieler, der wählt von den beiden anderen Spielern, die eben keine von diesen beiden Steinen bekommen haben, einen aus, das ist sein Partner. Die beiden machen immer gleichzeitig die Züge und dann die anderen beiden. Das ist auch dazu da, um den Startspielervorteil hier auszumerzen. Auch eine Variante davon, die ich so noch in keinem anderen Spiel erlebt habe. Und dann spielt man halt einfach hier diesen, diesen Kartenstapel durch, beziehungsweise eben hier diese neun Runden durch. Und am Ende gewinnt der, der hier am höchsten gestiegen ist. Dann gibt es natürlich auch noch Tiebreaker. Das ist einfach, wer noch wie viel Cash übrig hat und einen zweiten Tiebreaker, wie viele geerntete Waren man auch im Lager hat und so weiter. Und der dann halt als Sieger hervortritt, der hat natürlich gewonnen. Und wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, die Varianz natürlich auch wieder durch sehr, sehr viele, vor allem dieser Helferkarten gewährleistet. Alle einzigartig und alle mit einem eigenen Effekt. Ah ne, einzigartig stimmt gar nicht. Es gibt ein paar, die gibt es öfter. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele. Und ja, alle schön auch thematisch. Ja, typisch Owe Rosenberg funktioniert hier auch ziemlich gut. Wie schon angedeutet, ist es wirklich spannend zu sehen, wie Owe Rosenberg hier seine Erntemechanismen weiterentwickelt hat. Man muss ganz klar sagen, ja, man kann irgendwie auch verstehen, dass sozusagen es Agricola war, mit denen er zuerst rausgekommen ist. Weil im Gegensatz zu vor den Toren von Luoyang, Agricola auf jeden Fall nochmal einen Evolutionsschritt mehr drin hatte. Es ist einfach thematischer. Vor den Toren von Luoyang fühlt sich relativ unthematisch an. Das ist zwar hübsch und nett hier mit dem alten China, aber es ist im Kern doch sehr abstraktes Ernstespiel. Es hätte auch vor den Toren von Arle heißen können. Ja, dann wäre es halt kein China-Call gewesen, sondern irgendwas anderes. Aber das spielt hier wirklich praktisch keine Rolle. Was mir sehr gut gefällt an dem Spiel ist seine Reduziertheit. Also wirklich konzentriert auf das Wesentliche Anbau, Ernte, dieser schöne Siegpunkt-Dilemma-Mechanismus, dass ich sozusagen eigentlich mein Geld für Siegpunkte einsetzen muss. Gleichzeitig brauche ich mein Geld, aber um überhaupt meine Produktion in Gang zu bringen, das ist super. Diesen Drafting-Mechanismus, auch wenn ich ihn so noch nie dann gesehen habe, dass mir eben immer so eine Karte in den allgemeinen Vorrat legen muss, wenn man dran ist. Das kenne ich so auch nicht. Das ist auch eine schöne Entscheidung. Man überlegt sich, okay, diese eine Karte, die möchte ich auf jeden Fall behalten. Die behalte ich natürlich auf der Hand, weil ich kriege ja auch eine von meiner Hand. Und dann, welche Karte gebe ich in den allgemeinen Pool und möglicherweise dann eben meinen Mitspielern auf die Hand. Das ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Auch wieder eine schöne Solo-Variante, wo dieses Drafting dann über so eine Auslage gelöst wird, wo man Karten kaufen muss. Wirklich sehr, sehr nett gemacht. Auch, dass man sich eben hier so committen muss für seine Stammkunden. Es ist auf der einen Seite natürlich gut, solche Karten zu haben, weil man kann sie einfach immer wieder beliefern, braucht nicht neue Karten so schnell. Auf der anderen Seite, ja, man muss es halt auch entsprechend gut geplant haben, seine Produkte, die man dann auch hoffentlich hat, um seine Stammkunden zu bedienen. Sonst werden die ganz schnell unzufrieden. Und dann hagelt es Minuspunkte. Also wirklich, ich finde, es ist immer noch ein schönes Spiel. Natürlich, sag ich mal, vom Must-Have-Faktor kommt es schon hinter Agricola. Und es kommt auch hinter Le Havre ganz klar. Agricola ist halt einfach das thematischere Erntespiel mit dieser Geschichte. Kommt dann eben dazu, dass man eben diese Bauern hat, die man ernähren muss und so. Das ist schon nochmal was ganz anderes als hier, wo das alles in gar keine Rolle spielt. Und Le Havre hat eben diese größere Varianz mit dem Handeln und so weiter und so fort. Aber wer Erntespiele mag, wer vor allem Bonanza auch sehr gerne mag und das lieber als in Form eines großen Strategiespiels spielen möchte, der ist, ja, richtig bei vor den Toren von Lojang. Und, ja, für mich war das jetzt hier in der Uwe Rosenberg-Reihe auch eine Neuentdeckung. Ich kannte das vorher nicht. Also ich habe es mir jetzt angeguckt für die Reihe. Und ich hatte echt großen Spaß daran. Also ich mag halt natürlich einfach solche Erntespiele. Ich mag Uwe Rosenberg-Spiele. Und man bekommt definitiv, also für jeden eingefleischten Uwe Rosenberg-Fan ist es ein Must-Have, finde ich, in der Sammlung. Weil es, ja, einfach Abwechslung bringt. Aber natürlich, man kann das ganze Jahr dann dazubringen, Uwe Rosenberg-Spiele zu spielen, wenn man möchte. Aber warum auch nicht? Ja, das war meine Rezension hier für vor den Toren von Lojang. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich bedanke mich fürs Abonnieren. Und keine Sorge, diese Woche Krohn ist auch wieder da. Wir drehen zusammen. Es kommen neue Videos auf unserem Kanal auch wieder. Und wir wollen die Brettspielbegriffe wieder aufleben lassen. Und so weiter. Ich hoffe, jetzt kommt wieder eine Phase, wo der Kanal ein bisschen runder läuft. Bis dahin, macht's gut. Ciao.